Boah, das mit Medi zu machen, fühlt sich so krank an. Leute, heute mache ich mal was ganz Besonderes und zwar hat mich mein letztes Video auf die Idee gebracht, den Medi mal mit anderen Waffen zu spielen, also mit Sturmsoldatenwaffen oder mit Versorgerwaffen. Ich habe das schon mal ausprobiert und das hat wirklich überraschend gut funktioniert. Man hat halt einfach den Vorteil von der Medi-Klasse, aber hat die ganzen anderen sehr starken Waffen und dass beides dann kombiniert ist halt, ja, eine fast unschlagbare Klasse, wenn man es so haben möchte. Das Einzige, was heute anders ist, ist, dass ich mir die Waffen nicht von irgendeinem Maid hole, wo ich weiß, okay, die sind, ich sag mal, richtig geupgradet, sondern ich werde mir die Waffen vom Boden aufheben. Mal sehen, was dabei so zustande kommt. Das Wichtigste, also entweder ich hole mir die Waffe von einem Gegner oder ich warte, bis ein Maid stirbt. Ich glaube, von einem Gegner ist an der Stelle ein bisschen besser. Ist das ein Medi? Das ist ein Medi mit der Tommy Gun, ich glaube es nicht. Das ist eigentlich die perfekte Karte dafür, weil der Medi hier halt... Oh. Da oben ist irgendwo einer. Okay. Oh, wenn der Maid hier stirbt, wäre übel nice. Dann kann ich mir seine Sturmsoldatenwaffe ziehen. Komm, geh down. Oder ich hole mir seine. Nee, hier bin ich mir sicher, dass es ein Sturmsoldat ist. Zack, und dann wiederbeleben. Und ich bleibe die Medi-Klasse, nur die Waffe ändert sich. Und ich habe jetzt hier einen Sturmgewähr 1 bis 5, glaube ich. Was liegt hier noch? Selbst da 19, 16. Okay, muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber hier schön mit dem Sturmgewähr 1 bis 5 jetzt durch. Fühlt sich zwar schlecht geupgradet an, aber da muss ich jetzt durch. So. Der hier. Oh, das ist noch mehr. Das Geile ist... Ich bin der Medi. Was habe ich jetzt hier? Ist das eine KI-7? Ein Gewehr 43? Oh, das nehme ich mal mit. Ich hoffe, das ist geupgradet. Aber davon habt ihr doch alle schon mal geträumt. Medi mit dem Gewehr 43, oder? Das ist es doch. Na komm. Du willst es doch auch. Er will es nicht. Nein, ein Schuss fehlt noch. Da war der eine Schuss. Ich brauche Munition. Was hast du? Sturmgewähr 1 bis 5. Okay, das nehme ich mal. Nein, der hat auch keine Muni. Okay, hier ist aber eine Muni-Kiste. Da kommt jetzt der Flank rein. Oh, da ist noch einer. Das war ein Medi, der geschossen hat. Ich dachte schon, für eine Sekunde hinter mir steht ein Sniper. Irgendwo da im Busch. Oh, leid. Oh, was zur Hölle? Da ist noch einer. Irgendwo ist noch einer. Der hat geschrien. Oh, der wollte knifen. Kurz reinheilen. Der. Der. What? Irgendwo da ist einer. Kurz nachladen. Muni mitnehmen. Okay, und weiter geht's. Weg mit dem. Da ist noch einer. Nee. Oh, geht auch down. Die Ribbe Roy ist nicht geupgradet. Die ist nicht geupgradet. Aber jetzt hier gerade ein Snipergewehr aufgehoben. Natürlich habe ich das. So, du bist stummsordert. Gib mir deine Waffe. Oh, er hat nicht nachgeladen. Der wollte hier, dass ich sterbe. Kurz Granate hier rüber. Dann komme ich von hier. Oh, das Stummengewehr scheint geupgradet zu sein. Mal gucken. Oh ja, das Stummengewehr ist geupgradet, Leute. Oh, aber nicht so geupgradet. Okay, das lag an mir, dass er nicht gestorben ist. Durch hier. Oh ja, boah, Leute. Ihr habt doch bestimmt alle schon mal davon geträumt, mit dem Medi solche Kills zu machen. Nein, seine Waffe ist runtergefallen. Das gibt's doch nicht. Oh, hier haben wir einmal ein Stummengewehr 44. Oder? Nee. Keine Ahnung, was ich hier habe. Da unten ist irgendwo einer. Okay, Leute. Macht euch bereit. Für ein bisschen... Die beiden. Oh, nee, 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 nee. Die beiden. Oh, schnell heilen. Oh, ich brenne. Oh, das Medi hat mir das Leben gerettet. Habt ihr gesehen? Da ist irgendwo noch einer. Ich sehe nicht. Manchmal sieht man die einfach nicht. Okay. Rechts von mir. Sag ich doch. Zehn Schuss noch. Okay, kurz mal nachladen. Hier ist noch einer oben, da links. Und hier unten auf der Treppe ist auch noch einer. Der hat gerade geschossen. Oh, es sind sogar zwei, Leute. Okay, das gibt Easy Muni da unten. Oh, es gibt noch mehr Easy Muni. Noch mehr Easy Muni. Okay, da unten ist noch einer. Ich heil mich mal eben. Hier ist im Zug einer. Oh, hinter dem Zug ist auch noch einer. Warum sage ich euch eigentlich die ganze Zeit die Gegner an? Da kommt einer hoch gleich. Okay, es war ein Mate, der hochgekommen ist. Hab ich nicht drauf geachtet. Da unten liegt einer. Was hat er hier? Ne, es ist eine M1A1. Nicht halt gedrückt. Was hat er hier? Keine Ahnung. Die ist nicht aufhebbar. Ach, komm schon. Komm, zeig dich nochmal. Ja, dann halt nicht. Boah, das mit Medi zu machen, fühlt sich so krank an. Oh, Mann. Ich weiß nicht, wie oft ich das sage in diesem Video. Wahrscheinlich sehr häufig, aber Leute. Ihr müsst euch einfach geben, was ich hier gerade mit der Medi-Class veranstalte. Da kommt was. Leute, aufgepasst. Da ist noch einer aufgepasst. Hu, 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 hu. Och, nee. Was hab ich denn jetzt hier? Damit hab ich noch nie gespielt. Der lebt nicht mehr. Das gibt's doch nicht. Ich will euch ja hier echt Abwechslung bieten, Leute, von der Waffenauswahl. Aber sowas hier, obwohl das eigentlich ein übelster Laser ist, Leute. Video incoming. Brenngun-übelster Laser. Oh, nein, 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 nein. Och, komm schon. Ja, Leute, das war der Medi mit den Waffen der anderen Klassen. Ich kann euch wirklich nur mal empfehlen, das Ganze auch mal. Also, wenn ihr Medi spielt, einfach mal hier und da eine Waffe aufzuheben. Oder wenn euer Mage stirbt, von dem ihr wisst, okay, der weiß, was er upgradet, der weiß, was für Waffen er spielt, die sind gut. Dann schnappt euch die einfach. Rätst ihn dann. Der tiltet dann zwar ein bisschen rein, dass er eure Low-Waffe dann hat oder so. Aber ihr habt dann als Medi eine richtig krass gute Waffe. Wirklich empfehlenswert. Probiert's mal aus, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da. Vielen Dank dafür. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr dem Video auch noch einen dicken Daumen nach oben, ein Like geben. Auch vielen Dank dafür. Ich wünsche euch jetzt noch ein wohl über den Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Haut rein und tschüss. Was ist das denn hier? Och, nee. Kein MG34. Stan. Das gibt's doch nicht. Komm, der hat doch bestimmt hier was. Ribberoi. Oh, die habe ich ihm noch geklaut. Oh, ich bin so ein Arschloch. Der hat jetzt das MG34 und muss sich hinlegen.